Was haben wir uns zum Ziel gesetzt haben, ist mit organischen Kaffeefarmen, auch in Zusammenarbeit mit der organischen Coffee Development Authority, eine organische Kaffeekultur aufzubauen. Wo wir Jobs schaffen für viele Frauen, wo wir für die Farmer viele Möglichkeiten haben, ihre Waren zu einem besseren Preis anzubieten, wo wir aber auch eine geniale Zusammenarbeit zwischen Bienchen und Kaffeefarmern entdeckt haben. Das heißt, wir haben einen wesentlich größeren Output für die Kaffeefarmer, weil die Bienchen von unseren Beekeepers unsere Kaffeepflanzen bestäuben. Vielen Dank.